Besonderes Ja wir sind durch das D, also wenn du uns adden möchtest Können wir das nicht nach dem G, das ist klar Und wir haben Discord-Channel über den... Nein, das ist jetzt total richtig Aber wir gehen auf School Wir setzen dort mal eine Person ab und gehen dann gleich auf Palace Wo steigt der Ausgleich bei School, dann können wir weiterfahren Hey, wer steht da schon, ey Welche P-Snaken, ey Oh, die haben schon direkt einen Squad abgesetzt da vorne, Achtung Die pushen, oder Russian Ja, die Russian auf Palace fix Ich sag dir da mal, es grabt sich da gerade an 4Snick im Westen Wo ist das Fahrzeug hin? Ali Okay, komm glaube ich auf die Brücke, hier 4Snick Alle die... 4Snick ist den ganzen Squad durchgelaufen In der... ...Nordbase spawnen Wir nehmen uns, äh, noch Fahrzeuge Und rushen auf, äh... Helles Süd Einer davon ist... ...Lodge is on Also wird ein bisschen schwierig, ich muss den Chaotenhaufen hier erstmal, äh, so ein bisschen hinkriegen Ich warte, na, es ist entspannt Verstanden Verstanden Die sind schon auch cool drauf Ja, mit der Heavy-Arte Naja, nächstes Mal Wenn ihr die Straße weiterfahrt, könnt ihr den Rallye auf der Straße wegmachen Steht hinter dem M-Rap-Frag Okay Oh, ich sette mir einen Rallye Ah, das hat nicht gereicht Gut Das ist nicht nur eine Quelle Ihr könnt alle mit dem Rallye nachswarnen Ich setze gleich die FOP Also ihr habt da direkt feinen Kontakt beim, äh, Scout-Car Da in den Gebäuden links von euch sind hier direkt drin Mehrere Gegner und auf der Straße direkt Vor dem Gebäude steht der Rallye Entladen Ja, wird entladen, Clement Danke Okay Die schießen schon in unsere Richtung, die sind schon ganz nah da Entladen Positionsmeldung haben wir jetzt von, äh, Skool Oder von... Ne, das war bei uns hier, Hachi Ich hab's verstanden, okay Schnell zu mir, dass wir die ab hier hochziehen Die wissen, dass die rausgesprungen sind Versteh Ja, wir werden schauen, ähm, die Person, äh, David bleibt bei mir Danke fürs Abschaufeln Die anderen können schonmal, ähm, in die Richtung vorgehen Möchte, dass wir die Frontrichtung anladen schieben, wenn möglich Aufs nächste Position hab ich zwei erwischt Gut Rallye ist überlaufen Oder neu gesetzt worden Stehe Krieg zur, äh, Skotswaierskool Meine liebe Leute position ist habe ich kontakt wir haben police vielleicht doch noch ein rallye also ich glaube bei school gibt es gerade fortschritte das heißt wir werden zielstrebig jetzt auf palace gehen idealerweise zugiff von mehreren seiten mit deckung gedacht annähern am palace annähern und palace ein kesseln der ist oben in diesem moschee ja da habe ich auch noch zwei gegner ihr habt auch im besten kontakt bei der brücke c 372 wie sieht es bei commons aus angeblich ich finde es sehr gut aus, deswegen bin ich kein kontakt ich finde es sehr gut aus, deswegen bin ich kein kontakt bmw hat er das kauker gerade geschossen? ja, hat wohl gibt es mehr arg gut ja, die haben einen rallye im südwesten von commons verstehe ePL pro, möchtest du das aufklären und den überrennen den rallye, bitte? ich mag hier die Busse, wo der ist ok, copy nicker heavy AT und der medik die wissen sowieso, dass wir daherkommen also können sie den bereich um palace gerne also palace von der einen seite wo wirken ist, ganz gut ran zu kommen da war bisher kein kontakt echt? sehr gut, dann infiltrieren ja, ich bin schon drin sehr gut ja, rallye ist weg, hab ihn weggemacht sehr gut zu uns kommen, danke ist noch ein fahrzeugauflass? sicherer eingang nordost erster stock bitte 360 grad sicherung etablieren ost eingangs moschee turm das wäre sehr gut, meldung machen wenn du das siehst innen holen kommt von außen, kommt von richtung osten hast du gut gut? ich hab einen ja, hier im westen hier ist ein mrap aus südwesten Richtung unserem rallye der mrap aus südwesten der mrap der mrap der ist auf der südstraße der fährt südlich der fährt ja, der fährt von school ja ja der fährt der ist weitergerollt also fährt weiter ich behaupte, der ist vor der brücke jetzt, oder? ja der ist entweder bei c364 oder bei c362 der bewegt sich wieder der ist im osten ähm, scott 3 hat ihren rallye verloren in commons mhm hat einen hit heavy AT ist drüber ich hab noch einen hit äh, ich sehe feine bei school der ist in der schwein ähm, feine bei school ist nicht gut ähm find a close by pro hab ihn amon ja und david, bitte auf school gehen ich komme zu euch die anderen hier weiter äh, palace annehmen ok scottly, da kannst du aufs Nauma-Box schmeißen ja, es geht genau noch im radius ja, es geht genau noch im radius setz die drinnen beim eingang gleich, ja liegt lukas, guck mal meine Richtung hier Südwest ich hab hier Kontakte ja scottker nicht über Norden fahren ja, da sind noch mehr äh, scottker zurückziehen zurückziehen, stark ATs ja, ich kritikiert das der vor mir gehört ja, die machen gerade heftig parling im squad lead channel ja, die machen gerade da sind das so und zingelt dies von ADs ich bin entdeckt von 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 ja, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja palace angenommen der ist auf meiner position wir gehen auf palace zurück wir wollen ein bisschen ausbauen, dass wir deine Skriver und Land werden ähm oh lull soll ich was weg schaffen na, aber wir sind eh noch in der bauzone bei palace es geht sich gerade noch aus Entschuldige, was ist das da auf der Brücke? Ist das aktuell? Nein, ist nicht mehr aktuell. Freunde im Süden! Kann man sein? Der ist down. Das war einer bei Süden, ja? Das Sammeln ist alles sicher. Groh und Lukas zurück, weil ich brauche jetzt alles wieder. Copy. Ja, ich muss nicht hin. Oh, fuck. Weil ich da oben bin, dass mich in der Räte ist. Ich bin nur noch aus dem Weg. Danke, bitte. Das sind Feinde in Panels, oder? Ja, ich glaube schon. Ich will mich überraschen, wenn. Schau uns rein. Danke, danke. Kein Ding, kein Ding. Ah, wir haben aufs Kohl immer noch Gegner. Wir haben gerade zwei Rockets da gegessen. Wo nochmal bei Jaka Kohl? Ah, im Osten. Im Osten von Palace. Fälle ist so weit, Leon. Ich verstehe. Ich denke, was Kohl da ist. Fälle ist oben, obere Etage. Ich glaube, linke Seite, ich weiß es nicht. Okay, also jetzt die Asche sichern mit mir. Ah, auch schon die Abenschau. So anschein. Einen habe ich. Wird beschossen. Ja, da sind noch mindestens zwei hier. Ich bin noch eine Mälle in der School drinnen. Lodgy bei School abstellen, bitte. Und zur Palace kommen. Danke für die Schuhe. Alles klar. Das ist cool. Vier Gegner aus dem Osten, ja. In der School gibt es eine Mälle von denen. Ja, ich gebe es keine Mälle. Ich habe zwei erwischt, aber da sind noch mehr. Die sind im EG beim Haupteingang. Bei der Mono-Pack. Ach, mischt der gerade Mischschuhe, oder was? Musste der nicht landen. Ja. Und du jetzt kommst gleich links. Aber ich glaube, du bist noch nicht aufgegangen. Wieso? Ich bin jetzt auch nochmal dabei. Okay. Ja, supi. Fuck. Achtung, okay. Can't you raise it? Achtung, Pro, direkt vor dir. Ja. Ja, da ist definitiv was, Osten. Danke. Ich wollte vorschlägen, dass ich die noch mal zähle. Und senden sie dann drei, vier Leute mal aus. Um es zu verkaufen. Achtung, auf meiner Position. Peace tank. Da sind sie. Die kommen aus School rausgerannt. Aus dem Innenhof. Ähm. Die bitte aufklären, ob das eine Form oder so eine Rallye ist. Pass auf, die kommen dann von Richtung School. Ja, ähm. Dort ist. Alles bewacht. Situationsbericht Palace, bitte. Ja. Umkennst? Ja. Ich bin im ersten Stock oben. Hört clear aus soweit. Versuch mal an Rallye zu setzen, da oben. Oder so. Mhm. Ja. Probier's. Ich find im Nord-Osten. Irgendwie kriegt der Palace. Ah, do it. David. Ah. Ja. Ja. Ah, kurz wenn wir kommen, bitte. Ja, wenn ich da aufstehe. Ah, du bist tot. Fuck. Jetzt nicht mehr. Erzähl da wieder. Jetzt lebe ich los. Jetzt hab ich nicht. Snick, der Rallye müsste, wenn er nicht schon weg ist, genau dort beim Infanterie Marker sein. Dort sind noch ein paar Leute. 50 Meter safe. Wer tot ist. Und keine Medikation. Snick is down. Die sind, die sind nordöstlich von mir auf der anderen Straßenseite. Nordöstlich? Ja. Alles klar. Direkt original auf der anderen Straßenseite. Die? Äh, was ist der Leitung? Haben die dort ne FOP oder ne Rallye? Äh, das ist glaub ich ne Rallye. Aber School is clear. School musst du Rallye, wenn so einer gewesen ist weg sind. Oder ist zwischen School und Ballast da in diesen Häusernblock schon noch bis? Ja, das kann auch sein. Ja, da hat mich auch ein Sniper geholt, dass ich da hoch gelaufen bin. Ist das safe, Snick? Hier oben ist es safe, wenn du rauf liegst. Die werden dich nicht sehen. Aber ich weiß nicht, dass sie nicht sehen sind. Und da wo es beim Flug grad abhals ist. Heiß Palace. Und aufkehren. Amon holt die lieber weg. Die laufen grad unten gegenüber von der Straße. Zwei Stück oder drei. Den Squad Leader hab ich erwischt. Links von dir, Bro. Ich bin down. Ich bin down. Da ist noch einer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hat Smoke geworfen. Ist von dir gebraucht? Das hört sich in die vorliegenden Straßenseite an. Der Hälfte gegenüberliegenden Straßenseite ist... Oh fuck... Vielleicht liegt der Ding für mir... Ja, da ist immer noch viel Takt... Ja... Einen habe ich... Ja... Der Posi ist einfach beschützend... Wenn du mich als erstes probierst... Dann reif ich dir... Den riefst du mir mal so... Ich kann mich auch... Ich kann mich auch... Ich kann mich auch... Wenn da jetzt noch immer Kräfte von Skool kommen... Dann kriege ich davon aus... Nein... Ist nichts mehr dort eigentlich... Dann... Sammeln bei Palace bitte... Komm... Einige jetzt... Es ist schon noch Infanterie dort... Es ist schon noch Infanterie dort... Ja... Wir sollten auf jeden Fall mal nachgucken... Wir sollten noch mal nachgucken... P-Stank... Hast du den... Der mich gecased hat? Nein... Ich habe... Den wo du dich gecased hat... Schon... Aber bei mir ist noch ein anderer... Auf meiner Person... Okay... Soll ich jetzt sein... P-Stank... Okay... Ja... Die da... Oft geht... Wir bunten... Wir tunivable... Und.. gibt's europäisch.. Ich muss meine Nae... nur... Das sind... Einige in der Nähe von IOW... Ich frag mich auf den... P-Stank... Augen... Menschen... Verneinander... gearbeitet... Schetz macht... Äh, es wird gecapt Ah ne, das ist bloß ein Unicap Wir verlieren die Fop Fop verloren Schätze sein Ja, Skool ist clear, aber die Fop ist weg Okay, alles Ist der Laut hier noch voll da hinten auf Skool? Tollame, Tollame Wo bist denn du? Fischet euch schon mal Richtung alter Fop aus Ähm Oder? Ganz wichtige Aufgabe, du musst den Lodgy Richtung Palace bringen, bitte Ähm Okay Es geht nur ums Interesse, dass wir da jetzt schnell die Alternative Fop aufziehen Ähm Sei zu mir bitte fürs Radio Ja Ja, die sitzen da im Südwest im Feld In Squad Da ja Da wo unsere Fop war Äh Äh Krebsmeister, do it Ich baue euch dringend bei mir Ich baue dich Die Ich baue mich dringend bei mir Die Ich baue mich dringend bei mir Ich baue mich dringend bei mir Aber wir lassen uns abgehauen. Ei Jägerle, das war nicht nett. Ist abgeladen. Danke, würdest du noch eine Runde holen? Jo. Fantastisch. Sehr zicke. Nee, das war nicht leber praktisch. Fahzig frei, glaube ich, in der Base. Entschuldigung. 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 Äh, Squadly? Im Nordosten kommen sie ja immer über die Dächer rein. Kannst du da vielleicht in den nächsten Compound gehen und da mal was zumauern? Oder einfach genug Stacheldraht am Boden? Wir brauchen... Entschuldigung. Hier hinten steht ein Fahrzeug. Im Süd-Oster. Da. Abgeladen. Abgeladen. Gute Idee. Kommt. Abgeladen. iba. Das war's für heute. Einmal Kontroll gegangen. Er ist noch offen. Ja, einmal 100 Supplies noch brauchen. Warte, Kontakt, irgendwer ballert. 285 oder so. Ja, sobald die neue Baustoffladung da ist, setzt man Mörser. Es wurde Mörser-Unterstützung jetzt angefragt. Ähm... Nee? Ja? Ja? Kannst du den... Meine Klausel hat mich der Moschee. Kannst du den... Kannst du den, äh, Pro einsammeln? Bitte? Wenn sie den einsammeln... Die Bauchluchtwelle hat sich geladen, sorry. Ganz dringend. Hallo, Paul. Sneak übernimmt sonst. Schau dir mal in den rechts. Ja, bitte. Ich steh hier, ich steh hier noch drin. Ich bring dich her. Sorry. Bei der Moschee. Achtung. Hey. Bei der Moschee. Guten Abend. Bei der Moschee. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bist du in Nordwesten? Wannik, wir machen noch. An der Moschee dran. Und die ist immer... Dort reinzuschmeißen. Ja, irgendwas schießt auf uns. Die ist doch recht voll auf dem Feuer. Ich glaub den haben wir. Snick, lass mich mal ganz weiter kämpfen. Hab den bei der Moschee. Sehr gut. Das ist ja dich, ich schwach. Dijatel. Und jetzt sage ich dir, oder? Bis zum nächsten Mal. Also nachdem Köln. Das ist auf der Moschee. Ich bin der Moschee. In der Moschee. Das ist ja kaum. Ich bin der Moschee. Dasselbeige Sachen. Dauer. In der Moschee. So, es gibt gleich eine Mörser, wer möchte Mörser übernehmen? Auf keinen Fall. Ich würde, genauer Medic. Dann gib zur Armutbox und entgliedige dich des Medics und jemand anderen drüber. Ja. Danke sehr. Ja, in ihrem ersten Mörser und dann im Geh, weil ich glaube, so schnell werden die da jetzt nicht ankommen und für die Mörser und die Schuze ankommen. Weg ist frei. Schau da, ne. Der Ersten. Ja gut, also die folgenden Personen können ausrücken. Lucas, Duit, Krebsmeister. Die würden ein bisschen unterstützen, ein bisschen unsere Klang-Karte fahren. Wo sollen wir? Wegmarke, das ist close bei unserem Fahrzeug, dass sie das unterstützen. Okay. Wegmarke, genau hierhin, ich markiere es dir. Genau hierhin ausrichten. Wegmarke, das war klar. Ja. Ich brauche dich, Lucas. Nein, du bist ganz woanders. Fuck. Sorry. Was ist das? Also, wenn du eingestellt hast, es soll sich um eine 250-270 Meter werden, das ca. sein. Geh, nutze die Mörser. Ah, Blödsinn, das rede ich. Westen, zurückwesten. Äh, ziemlich nahe, westlich von der Moschee ist es noch mindestens ein Karte irgendwo. Dann bitte zurückziehen, äh, und sichern. In Dugel. Alles klar. Ich hab nichts gehört. Alter, ich bin zu weg, ich komm nicht mehr durch die Türe. Hey. Hachi, kannst du vielleicht noch ein paar Leiter fahren? Äh. T-Ros ist bereit zum Feuern. Und ein Haupteingang. Ja, also VF. Ja, also VF. Ja, Haupteingang, Haupteingang. T-Ros ist bereit zum Feuern, wir warten auf, äh, aber ich hab's nicht gemacht. Ich bin nötig. Es kommt Feuer einweise und uns wird hier. Alles klar. Danke sehr. Danke sehr. Freunde, Nord-Osten, wir also Feuer einstellen, absetzen. Nachverteidigung, 300. Bitte wiederholen. Hier ist du mitgegangen. So, Lodgi bitte, ähm, dieser Fall beladen jetzt noch. Wir haben gar kein Lodgi im Betrieb. Ungut. Ich schoss aus West-Osten, Süd-Osten. Okay. Süd-Süd-Westen ist Zauber. Äh, wir haben Süden, Süd, äh, Osten. Freinde. Bestätige. Äh, die oben auf dem Dach liegen, nicht aufgehen. Snickers, die sind auf der markierten Position, die kommen aus, von der markierten Position aus südlich über die Straße. Ja, nein, das ist gerade zu viel Funksverkehr. Wiederholen. Snickers ist da und, äh, östlich von Snickers ist ein Marker, südlich davon kommen die über die Straße. Verstanden, markiert. M4V ist schon close bei Snick. Nahverteidigung einleiten, Pellet. Eingänge sicher. Ja. Ähm, auf dem Marker ist schon. Die liegen, die liegen auf kleinen Inseln drauf, so eine Gestorne. Dreh einfach. Das war's für heute. Die feindliche Fop-nahe Police wurde abgebaut und wir den befreundeten Kräfte gerade vorrücken. Wir halten Palace. Nicht ausrücken. Wiederhole, nur Ro und Peace-Tank weiter in eurem Bereich operieren. Ja, ich werde nicht sobald was los ist. Danke dir. Danke dir. Ich bekomme eine Nachricht. Ich bin jetzt nur zweimal gekickt worden. Da steht ERC-Kick. ERC-Sandbox. Ich muss das Spiel durchstammen. Gegner mir aufs Karl-Karose. Wir haben dann Rallye vor dem Süd-Ost. Die Rallye vor dem Süd-Ost. Die Rallye vor dem Süd-Ost. Ja, vier hab ich. Einer hat's drüber geschafft. Gibt's was Neues zu V-Spielen? Fünf hab ich. Wir sind noch welche bei mir. Ich hoffe, dass sie in ein, zwei Wochen kommt. Boge. Oh fuck, bin down. Aber was Neues gibt's nicht. Keine Neue. Südöstlich der markierten Gewehrmarker kommen die durch die Gebäude und über die Straße, über die T-Kreuzung. Standpro hast du gesehen, wo die ungefähr kommt? Ja, meine Blickrichtung, da wo ich liege. Da hinten irgendwo aus den Feldern. Ja, ich versuch mal auf die Position des Fahrzeugen. Auf 115 ist auch im Nebel. Wenn der Raucher auf der Straße ist, dann werft da eine Granate hin. Da waren vorhin drei oder vier. Vielleicht werden die grad wieder aufgehoben. Ich schluss eingehend auf... Süd. Da hinten kommen aus Süd-Osten. Sollte er im Süd-Osten Rallye sein, ist er glaube ich weg. Aber in Rallye. Ja, ich mich will sagen, ich glaube, dass sie dort eine FOP haben. Die operieren da so intensiv in dem Bereich. Ich... Äh... Alles im Fenster. Kommt da ein Truck oder kommt da ein MRAP? MRAP down, Notchies down, gegennicht Notchies down. Mörser-Schütze, bist du in der Nähe von Mörser? Ja. Mörser-Schütze, die alte... äh... Alte Schussrichtung auf Feind-Hub. Und feuern. Alles klar. Wie viele Säugeln jetzt haben? Ach... Ähm... Treiben. Ich bin down, Granate kam gerade rein. Ja, fack. wenn ihr im zweiten stock seit der nördlichen balkon nicht rausgehen die haben sich komplett eingeschossen mit granat werfen auf die tür die jagen uns einfach nur permanent in luft draußen wieder alles geklärt befreundete kräfte kapitän gerade polis negativ die armys haben es gerade in der nördlichen siedelt die rost kommen über die hintere über das dach reingang lukos bin schon gerätzt worden daco ok die feuermission soll ich immer noch durchführen oder positiv weil die fightfab ist direkt in dem compound das heißt ja die schüsse sind raus wie viel holst du schieße alles wissen alles klar schieße 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 Arme ist da Ergut, freie mich wieder aufnehmen Alles klar Auf Position P-Stank da sind sie Und eben noch Auf Position P-Stank da kannst du auch nur so ein Ballern Mehr Beside dort Ja das ist doch zu kurz Wir müssen noch weiterfeuern Wir brauchen nicht noch ein bisschen Wenn die jetzt ankommen Wird die Leute viel verlieren Wir müssen eigentlich arbeiten oder schwül oder sowas Ja müssen Wir sind noch früh am Tag Sehr schön alles Ich fahre aufs nächste Position Ich fahre auf Logik-Position Die kommen wieder aus School Ich habe mal gedacht Danke dir trotzdem für die Logik-Fahrt Ich würde den dann in der Base abstellen und bei School mal dann aufklären Wir müssen nachholen Wir müssen uns nachholen Und wir sind ja Wir müssen nachholen Wir müssen nachholen Achtung, Beschuss aus Westen, Granatwerfer Ja Direkt bei mir, hier in meiner Position Achtung, ganz klein im grünen Teil, das büte östlich markieren, da ist ein Fächer Direkt in Großposition, westlich von Palace im Gebäude, Kontakt an Großposition Verstehe Das Reflexe Schoppa, komm rein, blitzes Menschen, die kann sich nicht hören Junge, komm sind da draußen Lodzschi ist in der Main platziert, Unfall. Hast ein bisschen Aufklärung in der Nähe von Kuhl. Ist der Mörder? Mörder, wo? Das wäre nicht offiziell in Börse, Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir werden jetzt folgendes machen. Peace Tank. Lukas. Abbrücken auf Augenmarker. Ich möchte wissen, was sich da befindet. Ob das doch ein Hub ist. Du meinst ganz zur Police Station? Negativ. Ähm, Skuhl. Das Auge, okay. Ja. Ich glaube, dass uns die irgendeine Foppe im Rücken hingesetzt haben. Ja so, du kannst, ähm, einmal sechs Schuss auf die alte Position nochmal abgeben und dann stoppen. Bitte. Alles klar. Wer hat ihn in meinen Mörser verstellen? Alles verstellen sich automatisch, glaube ich. Also Hatschie ist gut, klingt soweit ganz gut und sieht auch soweit ganz gut aus. Ich glaube, die pushen jetzt durch den Vordereingang. Der Machine Gunner wurde zumindest gerade wieder gemetzelt. T.I. Versa absetzen. Wir müssen kurz aufpassen, sonst nicht überholen. Fuck, ich hab's so klar. Okay, Haupteingang safe. Ich schau mal den Hintereingang an. Ich glaube, safe aus. Ja, Mörser. Da sind sie, ja. Fuck, da sind sie. Jawoll. Äh, feine befinden sich. Nord. Stadtliche. Aber auf der Insel. Und Snick, vorsicht, wenn du hier weiterläufst, da ist auf der Insel doch. Ja, danke. Test schon auf der Straße. Snick ist da. Da unten. Ist noch einen hinten auf der Straße. Herr Skauker direkt züglich von der Straße. Ja, ist da. Hab ich. Hab ich. Ich bin nicht wieder. Aber, äh, sie bauen ab, er meint. Ich höre euch beide. Halti und, äh, Medix. Spawntheimer geht hoch. Eieieieieieieiei. Sie schaufeln, äh, im Nordeingang die Sandkörper ab. Wenn ihr da nicht sofort deckt, sind sie gleich in Maß im Haus. Ja. Ja. Ja, ist auch der Spaw da hinten, ne? Sollen wir Gas geben, da? Ja, vorzufall, die in den Rücken ist. Die sollten sie jetzt kriegen. Ich glaube, ihr müsst respawnen, Hachi. Und... Ja, alle die tot sind respawnen. Leider hab... ... im Helles. Und... Spawntami geht immer wieder hoch. Ja, die sind am... ... Südeingang. Close. All die Engel. Ich, ähm, wiederhole, alle Engel. Wenn du drauben bist, ich... ... im noch vor. Spawntником ist mir die direkt. Die Granate hoch. Ja, genau das meine ich. Was ist denn jetzt? Ich glaube ich hab ihn. das ist ein massiver Angriff von Südosten die nähten da rein in den Hof ok, gibst du es ist eine Kistana im Halbteingang wahrscheinlich Granatäufer aus der Moschee ich habe aber zwei im Norden ist wieder komplett aufgeschaffelt ich habe zwei im Westen Gang erwischt wir müssen den Weg kommen Spotlight, Audio-Kontakt, Feinde in der Moschee ich verstehe kann mich einer aufheben ist das irgendein Fahrzeug? wo schießt du? das ist unser M.G Medic ich verstehe ja, Medic Alter es gibt kleine Feuerstöße immer wieder Richtung was besser Medic das ist gefeiert gelöst ist aber und jetzt hast du die Schwerer in die Rechte komm in Deckung auf der Sitzschrift ich bin zufrieden es gibt alles los ich nehme zufrieden auf die Stille es gibt ist zufrieden Ständige Feinkontakte in der Moschee drinnen Rekke Ich fängs schieb in der Moschee Danke Schieß mal rüber in der Moschee So, wenn der auf der anderen Seite Knacken rüber ist, dann hast du dich Die müssen ein Rallye haben in dem Moschee Achtet mal auf den Südeingang Südeingang deckt keiner mehr Medic könnte mich da mal hochholen wenns geht Am Süden Ja ich versuch's mir noch weg Die haben den Rallye im Süd-Westen ziemlich sicher Bisschen weit Süd-Westen Alle über die Wallen vor Nordosten Ständige Angriff im Norden aus wird für Stärktuch sein Geh weg hier Die heilen sich im Nord-Osten Das ist immer die Sache, man heilt 10.000 Löcher als Medica für Silber Wann ich hier heilt? Und dann pack halt Und dann pack halt Dann können wir schneller Granaten nachladen Und drüber Ah Ich hole euch gleich Ich hole euch gleich Jetzt riecht die ab Direkt ein Brunnen Die Muni ist fast leer Nebeln alles zu Im Süden Ja Ja Der Rest ist mein Einlock Geh weg Geh weg Geh weg 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 Ne Keine Schönen Die sind direkt in den Süden Auf der hinten 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 Ja Nord-Osten Komm auch Kontakt ran nur das nur das glaube ich das habe ich hier genau die eine die der die die verbinden die 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 Wir haben wieder Supplies, Granaten auffüllen an den Boxen und rüber Östliche Mauer, östliche Mauer oben, wo Hatschi liegt glaube ich Sie brechen im Nordrhein Gang durch Hatschi durchgegeben Alle Nordrhein Schmuck, bist du da? Was haben da eigentlich die anderen Squats vorne gemacht jetzt in letzter Zeit? Ähm... Nach... Vorne bei... Süd... Versuch'n die ganze Zeit mit V-Polistation auszuheben Naja, bloß... Naja... Nicht, wenn wir da Volki grün Nicht in der V-Polistation, oder was? Ich geh'n down Wie geh'n hier runter? Naja, 28 Stunden sollten auf Palästern Und tot Womit gespawnt? Äh... Spawn... Bei... Süd... Base... Bus... Palace Ich möchte nichts sagen, aber wisst ihr, wie der Nord-Osteingang gedeckt hat? Der Dürke-Boy Der Dürke-Boy Der Dürke-Digler Und ich frage ihn noch, brauchst du noch dort oben? Ja... 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 Pass Zum Glück ist die Map nicht so groß Ah, was ganz anderes ist groß Lukas... Welch Niveauvoller Zugang Jeder macht Danke, dies Wäre ein Beitrag Das ist doch nicht gut, aber... 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 Aber wenn wir gerade bei dem Team Aber wer vielleicht Bock hat, äh... Kann gern bei uns vorbeischauen Wir haben, ähm... So Discord, äh... Geht da konzentriert vor uns School ist schon besetzt Achtung, School ist schon besetzt Geht da auf E Kontakte auf C365 School ist schon voll Bestanden Mh... Mh... Gehts weiter Fellas Jetzt setzt noch ein Rally da vorne... Hachi Ja... Aber ich... Geht's hier mal weiter und ich setz mit... Ähh... Snick Rally Ich stehe hier an die Wand Ja Danke dir Bitte weiterfällt es gehen, wenn möglich Ich habe euch den Madigan, das ist krallig Archie vorne, gegenüber der Straße in dem Gebäude, oben einer drin Da wo du grad links, gegenüber der Straße, oben einer drin Right here Ja Wir müssen hier David, rechts hinter dir, im Gebäude Einer hat drin Dort, wo du über die Straße gelaufen bist Okay, niemand anders fertig übernehmen Okay It's down Also ich hab den ganzen scheiß Süden abgesucht, da war keine Lphobie Rauf, äh, LL Ich glaub, sie ist über die, glaub ich Die sind ziemlich knapp Wir haben immer noch, findings crew Aber wir Ähm Aber hier sind, äh, wir verkehren, dass es ein Problem ist, dass wir nicht hier Auf meiner Position ein Gegner Okay, danke Äh, Koppelpro, pass auf Was ist das Koppelpro gesetzt? Koppel, wieso man das denn ausspricht? Koppelpro, jawoll Koppel Hast du meinen, hast du meinen Mörder umgebracht? Ja Okay Koppelpro, Tödereski Jungen Vielleicht kann ich hier erneuern Äh, äh, nicht der Himmel Ich geh mal davon aus, es wird nur der eine Eingang, über den sie reinkommen sind, noch immer offen. Hast du den Pro? Welche bei der Moschee? Alle bei mir sammeln. Man kreint direkt raus. Das ist wichtig, dass wir facken. Sind Impulse drin? Dann alles ausradieren und sich im Weg. Ja, die haben Comments eingenommen. Ja. Kremsmeister, Tee, bitte aufkommen. Betroffen. Achtung gleich, schnell jetzt auf das. Alle weg da. Ist auch irgendwie ein Pelles drin, noch außer. Rückfallen, alle die bei Pelles sind zurückfallen aufs Pool. Wiederhole, alle die bei Pelles sind zurückfallen aufs Pool. Copy. Rückfall. Einen. Meine sind klasse. Ich bin... ... ... äh vor mir haben die feinde die straße ich brauche das nächste klasse auch in der ich habe irgendwo ein mrap gehört westlich vom palace auf die straße nach norden das ist ein lodgy, der fährt jetzt an großpositionen vorbei, südlich von school ist er jetzt fährt über die straße, ist voll beladen copy, school mit besichern was macht der mit so einem lodgy, knall den mal ab, das sind schöne tickets ja frei, frei, frei wir haben nur eine, kann man den nicht raushalten doch, jetzt müsste er tot sein, oder? peace tank ja, ja, ich habe jetzt... mach den irgendwie platt, mach das ding platt MRT, komm, bitte markiert mir den lodgy schnell, 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 69 tickets der sneaker läuft, der kommt zurück Lodgy down sehr schön sehr schön sehr schön auf den medic warten, du jetzt bitte als medic bespunnen und schaulst apple schaulst schaulst und schaulst Wir haben ihn von einem Sniper Auf der Notseite Das Sniper hat mich Lukas? Ja Ideal ist Medics von Ok Krebsmeister Ja bitte Du kannst auch respawnen Amund du wartest noch Gro warte noch Und ich warte auch noch Einfach am Rallye oder speziell irgendwo? Ne Rallye und School Season Mich würde überletzen können weil ich auf dem Dach liege und der Sniper das einsenkt Dann Respawn Komme Ok 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 Dank Ok datos Die Senk kommen, dass viele... und haben mich auch, da hab ich erwischt Vor dir Amon Ja Die Feine müssen schon um an der Hauptein werden, das ist echt tot Wir kriegen nur auf Medics warten jetzt, entweder zu gut aus, oder ein Medikill Amon halt Ich hab drei gelegt Sehr schön, sehr schön Ich versuch mal zu dir da unten hin zu kommen Wenn ich den Weg finde Lukas, Vorsicht, du da läufst Gleich links von dir sind vielleicht welche in dem Gang Lukas, vielleicht kannst du uns da am Süden aufheben Wenn's geht Wollte ich machen, bei der neue Clan Gut, da Vorsicht, da bei links Das war Das war ruhig, Snick, ich dachte, wir sind weit Kein Ding, ging raus daneben Kein Ding, ging raus daneben David, 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 oben kommt einer rein Du bist tot, ich bin schon tot Achtung Hatschi, bei dir kommen welche oben rein, falls du oben bist Wollte fallen aus dem Norden 12 Tickets noch Auf meiner Position Auf meiner Position Bei mir war direkt einer drauf Auf meiner Position Ich darf geben Ich darf nicht aufgeben Alle die lieben, rein nach Cool in the Cap Ich bin über euch Ich bin über euch Ich bin über euch 4 Tickets, mach ne, ich guck mal LoL 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 Nice Nice Alter, fuck Das hat so viel Spaß gemacht 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 Liebe die Krebsmeister und Ruiz Ihr seid herzlich eingeladen Heinz, das war der Killer, meine Das war der Entscheidende Hier, wir gucken mal vorbei